Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich euch eine Partie von Rashid Neshmedinov zeigen. Er ist vielleicht nicht allen bekannt, er war auch nicht besonders berühmt, aber den Kennern der Szene war bekannt als ein gefürchteter Taktiker, der wirklich viele fantastische Opferpartien produziert hat, zu seiner Glanzzeit in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Diese Partie hier stammt aus dem Jahr 1962 und der Gegner war ein gewisser Oleg Tchernikov. Neshmedinov mit weiß begann die Partie mit E4 und nach den folgenden Zügen, ein offener Sizilianer, hatten wir den sogenannten beschleunigten Drachen. Schwarz plant hier nach G6 den Läufer nach G7 zu entwickeln und Druck gegen den Springer auf D4 auszüge. Weiß entwickelt sich weiter und nach Läufer G7 mit Angriff auf den Springer folgt Läufer E3. Weiß deckt den Springer auf D4. Schwarz entwickelt den Springer. Weiß entwickelt den Läufer. Kurze Hochrade. Schwarz schon gut entwickelt. Weiß stellt den Läufer schon mal prophylaktisch auf B3 auf. Das ist eine Hauptvariante hier. Normalerweise geht es weiter hier mit D6. Das ist die Hauptvariante. Schwarz wählt in dieser Partie Springer G4. Ein typisches Motiv. Greift den Läufer an und möchte Figuren tauschen. Weiß nimmt diesen Springer. Das ist auch der beste Zug. Dafür kriegt Schwarz jetzt diesen Springer auf D4. Wie geht es hier weiter. Nach heutigem Wissen weiß man, dass Dame D1 der beste ist mit Rückzug und dann diese Stellung spielen. Weiß hält Raumvorteil im Zentrum, hat die offene A-Linie für seinen Turm und steht deutlich aktiver. Nischmedinov wählte aber den Zug Dame H4. Sieht auch vernünftig aus, stellt die Dame am Königsflügel auf und lässt das Feld D1 frei für den Turm eventuell. Außerdem liebäugelt die Dame hier auch mal am Königsflügel anzugreifen. Schwarz wählt in der Partie den Zug Dame A5, entwickelt die Dame und fesselt diesen Springer hier. Weiß geht sofort aus der Fesslung raus, indem er die Ruhade macht und den König in Sicherheit bringt. Jetzt folgt der Läufer F6 mit Angriff auf die Dame. Normalerweise in solchen Situationen, was macht man? Man zieht die Dame weg. Schließlich ist sie angegriffen. Es bieten sich Felder wie Gefian oder H6. Aber Nischmedinov schlug diesen Läufer. Völlig überraschend. Ein wahnsinnig kreativer Zug. Warum macht er das? Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, nach E mal F6 mit Läufer mal D4 den Springer zu schlagen. Weiß hat jetzt zwei Leichtfiguren für die Dame bekommen. Das ist normalerweise nicht genug, weil eine Dame ist deutlich mehr wert als zwei Leichtfiguren. Aber hier sind die weißen Leichtfiguren dermaßen aktiv postiert, insbesondere die Läufer, dass Schwarz Probleme bekommt. Der Springer soll nach D5 und den Bauern F6 angreifen. Schwarz hat viele Bauernschwächen und die möchte weiß angreifen und dann den schwarzen König angreifen. Anstatt die Dame sofort zu nehmen, sah Schwarz, dass er ein bisschen Zeit gewinnen kann und zog erst mal Springer E2 Schach zwischen Schach. Weiß muss erst mal mit dem Springer zurück nach E2 und jetzt nahm Schwarz auf F6 raus. Trotzdem funktioniert das alles wunderbar für Weiß. Der Springer geht einfach zurück nach C3, Turm E8 und der Springer landet auf D5 mit der Idee auf F6 zu nehmen, den Bauern zu schlagen und Schach zu geben und den Turm zu gewinnen. Das würde zum Beispiel kommen, wenn Schwarz hier den Bauern schlagen würde. Das wäre ganz schlecht, weil dann mit Springer F6 Schach würde Weiß den Turm gewinnen und hätte dann mehr als genügend Material für die Damen und würde klar besser stehen. Auf Springer D5 zog Schwarz aber erst mal Turm E6 und deckte den Bauern. Das macht Sinn. Jetzt folgt ein weiterer logischer Zug von Nishmeddin auf Läufer D4 mit Angriff auf den Bauern F6. Ja, hier steht Schwarz schon, hier muss Schwarz schon extrem genau spielen, um nicht in Nachteil zu geraten. Schwarz zog König G7, das macht Sinn, weil der Bau F6 ein zweites Mal gedeckt wird. Allerdings ist das Problem, dass der König jetzt in der Fesselung drin steht, in der Diagonale des weißen Läufers auf D4. Wie verstärkt man jetzt diese Stellung? Das ist eine ganz wichtige Situation jetzt als Schachspieler. Dann macht man sich Gedanken, ja, Schwarz hat sich jetzt verteidigt. Wie kann ich jetzt den Druck erhöhen hier auf dem Bauern F6? Und Nishmeddinow sah, dass er sich ein bisschen Zeit nehmen kann und den Turm erstmal heranbringen kann. Turm AD1, es gibt eine ganz bekannte Regel im Schach, die heißt, bring neue Figuren ins Spiel oder neue Figuren in den Angriff. Und das macht hier Nishmeddinow, er bringt den Turm in den Angriff. Der soll über D3 nach F3 geführt werden und der Druck auf F6 soll erhöht werden. D6, Schwarz hat auch natürlich das Problem, dass er unterentwickelt ist. Der Läufer auf C8 spielt die ganze Zeit nicht mit und der Turm auf A8 auch nicht. Es folgt jetzt Turm D3, Schwarz, Weiß führt seinen Plan weiter aus. Läufer D7, das ist schon ein ungenauer Zug laut den Computern, aber es ist sehr, sehr schwierig, sich hier zu verteidigen. Turm F3. Wir sehen, Weiß erhöht den Druck hier auf F6 und Schwarz hat Schwierigkeiten jetzt, das alles zu verteidigen. Er startete einen Gegenangriff und zwar Läufer B5. Läufer B5 greift den Turm auf F1 an. Das ist allerdings schon auch wieder ein ungenauer Zug, denn jetzt hat Weiß gute Möglichkeiten, hier die Partie für sich zu entscheiden. Bevor er auf F6 schlägt, zog Nishmeddinow erstmal auf H3. Das macht Sinn, dieser Zwischenzug mit Angriff auf die Dame, weil die Dame davon abgelenkt wird und nicht mehr das Feld E1 erreichen kann. Das ist in gewissen Varianten von Bedeutung. Die Dame muss zurück, geht nach D8. Das macht natürlich Sinn, um den F6 zu decken, aber jetzt folgt der Springer schlicht F6. Der Springer steht auf F6 natürlich super und droht ein Abzug, weil hier ist der Läufer, der auf den König drauf schaut. Es droht also eventuell Springer E8-Doppelschach oder Springer H5-Doppelschach auf den schwarzen König. Was zog Schwarz hier? Schwarz zog Läufer E2. Das ist jetzt der entscheidende Fehler. Der einzige Zug, um in der Partie drin zu bleiben, war hier Turm C8. Turm C8 macht Sinn mit Gegenangriff auf den Läufer, mit der Idee, diesen super starken Läufer auf C3 zu tauschen und dafür halt den Turm zu geben. Hier muss ich sagen, habe ich mir als Dauerschach nicht gefunden für Weiß. Springer E8-Schach, König zieht, Läufer schlägt hier, nimmt und jetzt gibt es hier dieses Dauerschach. Etwas Besseres habe ich nicht gefunden. Wenn der König hier nach H6 läuft, das ist ganz schlecht, weil dann kommt Turm A3-Schach und dann wird der König sogar matt gesetzt. Läufer D2-Schach, König G4, F3. Also Turm C8 hätte wahrscheinlich die Partie noch gerettet für Schwarz, mit der Idee, den starken Läufer zu schlagen. Schwarz zog aber in dieser Stellung Läufer E2. Sieht auch nicht komplett sinnlos aus, weil es greift den Turm an auf F3. Aber hier ist die Stellung jetzt gewonnen für Weiß. Und Neschmerdinov sah das auch. Er nahm jetzt auf H7 mit Schach. Und Schwarz hat Probleme jetzt hier. Wenn jetzt der König den Springer nimmt, dann folgt Turm schlicht F7-Schach, König A6, Läufer mal E6. Und das Problem ist, dass nach Läufer F1, wenn Schwarz jetzt diesen Turm nimmt, dann folgt Läufer G7-Schach. G4, ein schöner Zug. Treibt den König auf ein schwarzes Feld und dann kommt Läufer F6-Schach. Weiß hat seine Figur zurückgewonnen und hat zwei Bauern mehr. Ne, hier sogar drei Bauern mehr. Und steht völlig auf Gewinn in diesem Endspiel. Also Springer schlicht H7. Zurück zu dieser Stellung. Schwarz zog König G8. Er nahm den Springer nicht, weil er es gesehen hat. Jetzt ist es hier schon nebenlösig. Es wäre gut, wieder zurückzugehen mit dem Springer. Aber Neschmerdinov ging mit dem Turm nach H3. Die Idee ist offensichtlich, er liebäugelt hier mit diesem Matt auf H8. Dazu müsste nur noch der Springer wegziehen. Schwarz stellte den Turm dazwischen und blockierte die Diagonale. Das macht Sinn. Weiß greift den Turm an mit F4 und möchte, dass die Diagonale sich wieder öffnet. Interessant ist, der Turm auf F1 hängt die ganze Zeit. Das interessiert den Weißen nicht. Aber Schwarz kann es sich auch nicht wirklich leisten, den zu nehmen. Er tat es hier aber auch. Er tat es hier, aber das ist nicht gut. Weiß nahm einfach den Läufer erstmal und zeigte dann mit dem Schwarzen auf, dass er alle Zeit der Welt hat, um hier die Partie zu holen. Der Turm zog jetzt nach C8. Nicht der Angegriffene, sondern der andere. Er möchte den Läufer unbedingt loswerden. Weiß schützte diesen Läufer, indem er nach D4 zog. B5. Das ist schon dann so ein bisschen Zug, der nach Verzweiflung riecht, weil der Zug überhaupt nichts droht. Die einzige Idee, die ich sehe, ist, dass der Turm auf C4 dazwischen gestellt wird, um diesen Läufer auf B3 eventuell kalt zu stellen. Es folgte jetzt hier Springer G5. Jetzt droht allerlei. Jetzt hängt F7. Der E5 kann geschlagen werden und der Turm kann nicht wegziehen von E5, weil er auf Turm A8 matt ist. Turm C7. Und jetzt folgte eine Standardkombination mit der Neschmendinov die Partie beendete. So was war natürlich sehr, sehr leicht für ihn zu sehen. Er nahm auf F7 raus. Läufer schlicht F7, Schach. Der Turm nahm wieder. Und jetzt folgte ein Klassiker. Hinlenkung. Turm A8 Schach. Wo ist die Idee? Der König nimmt und jetzt Springer schlicht F7 Schach. Die Springergabel hinterher. Und Schwarz verliert Material. Das war jetzt der erste Ende der Partie. Hier gab Schwarz auf. Warum gab er auf? Zwei Leichtfiguren plus Bauer sind deutlich besser als ein Turm. Das ist erstmal materiell ein großer Vorteil. Und man spricht in so einer Situation auch von Domination of Pieces. Einfach, wenn mehr Figuren gegen eine einzelne Figur kämpfen, dann ist das immer ein Vorteil. Auch wenn sie vielleicht von der Punktezahl gleichwertig sind insgesamt. Aber Springer und Läufer plus Bauer sind einem Turm dermaßen überlegen, dass unter Meistern so eine Stellung auch häufig direkt aufgegeben wird. Also ziemlich hoffnungslos. Also eine wunderschöne Partie. Ein Klassiker von Rashid Neshmendinov. Ein Spieler, der nicht so viel Berühmtheit erlangte, aber in einer borussischen Kreise einen sehr, sehr guten Ruf genoss. Zu seiner besten Zeit wurde seine ELO-Zahler auf über 2600 Punkte eingeschätzt. Das heißt, er war auch ein sehr starker Spieler, auch wenn er nie den Titel eines Großmeisters gewonnen hat, erlangt hat. Das lag eher daran, dass er zu wenig gespielt hat wahrscheinlich. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Liked sie, abonniert meinen Kanal und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann nochmal eine Partie von ihm zeigen werde. Dann nämlich seine sehr berühmte Partie gegen Lev Polugajewski mit Schwarz. Danke und bis zum nächsten Mal hier auf The Big Reek. Vielen Dank.